Hallo! Nachdem wir jetzt schon über zwölf Monate in unserem neuen Haus hier wohnen, mal kurz ein Einblick. Der Südbalkon ist an der zweiten Etage. Wir gehen mal kurz ins Haus herum. Hier im Garten und Poolbereich. Hier ist die große Terrasse. Hier geht es dann zum Kanal runter, bis das Boot noch fehlt. Der große Baum, der uns eine ganze Menge Dreck beschert, der dann am Pool landet. Hier ist die Mimik für den Pool, die Poolheizung. Da hinten wird es dann schon etwas breiter im Bay oder Intercoastal. Und dann schon ein bisschen mehr vom Wasser zu sehen ist, als bei uns hier an dem kleinen Kanal. Lilos Weihnachtsschmuck. Außen diesmal nicht so sehr viel, aber da für innen alles dekoriert. Der Essbereich, schon eingedeckt für nachher, für unsere Ente. Mit Rotkohl und Klößen. Schlafzimmer mit Closet. Und hier das Badezimmer. Hier geht es dann in die Küche. Da liegt der Vogel schon, noch nicht fertig. Der Wohnbereich. Der Wohnbereich. Der Wohnbereich. Garage und Gästetoilette. Und hier geht es dann in den zweiten Stock hoch. Wo das Büro ist. Mit einem zusätzlichen Bad. Hier wie gesagt der Südbalkon. Im Winter angenehm, wenn es nicht ganz so warm ist. Dass man auch noch ein bisschen Sonne abkriegt. Hier unser überflüssiges Zimmer, wo so ein paar Sachen rumstehen. Und hier dann das Gästezimmer. Das war's mit dem Rundgang.